Sehr geehrter Herr Spahn, Sie sind als Gesundheitsminister der oberste Vertreter der Bundesregierung, zuständig für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und für Drogenpolitik. Deshalb wende ich mich heute persönlich direkt an Sie, denn es gibt ein großes neues Risiko für die Gesundheit von Millionen von Menschen in Deutschland. Es geht um chemische Drogen, synthetische Substanzen, die es schon länger gibt, neue psychoaktive Substanzen, aber bisher von einem relativ kleinen Kreis von Leuten konsumiert wurden, die wussten, dass sie das konsumieren. Jetzt werden diese Substanzen natürlich im Cannabis beigemengt, beigemischt und betrifft also jetzt Millionen von Cannabiskonsumenten, die möglicherweise diese Substanzen konsumieren, ohne davon zu wissen, was die Gefahr von Überdosierungen erhöht. Und auch in Deutschland hat es schon Notfälle gegeben bis hin zu tödlichen Vergiftungen. Auch die Europäische Drogenbeobachtungsstelle warnt schon vor potenziellen Massenvergiftungen. Es reicht schon aus, wenn in einer Region wenige Kilo Cannabis zu sehr gepanscht werden mit einer dieser gefährlichen Substanzen und wir haben hunderte von Menschen, die in den Krankenhäusern als Notfälle aufschlagen und das können wir in Corona-Zeiten wirklich gar nicht gebrauchen. Mit Warnungen allein kommen wir da nicht weiter. Wir haben Millionen von Konsumenten in Deutschland. Es ist die dritte Volksdroge nach Alkohol und Tabak. Das heißt nur eine Regulierung dieses Marktes. Endlich mit Verbraucherschutz und Qualitätskontrollen kann dieses Problem lösen. Millionen von Menschen wollen einfach entspannt einen Feierabendjoint rauchen, spielen aber unfreiwillig russisch Roulette mit ihrem Leben, riskieren eine Nahtoderfahrung im Krankenhaus, nur weil die Bundesregierung immer noch lieber Cannabis auf einem unkontrollierbaren Schwarzmarkt sehen will. Herr Spahn, bitte retten Sie Leben. Als Sofortmaßnahme würde schon helfen, die Entkriminalisierung des Eigenanbaus, letztendlich brauchen wir aber so schnell wie möglich eine Regulierung des Cannabismarktes.